Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Lastrand mit mir, dem Maru. Wir sollen ins Dunkelteil böse Leute töten. Go! Ich bin der Ashram, David Nassau. Ich bin der Ashram, die Kikola. Ich bin der Ashram, die ich nicht zufrieden. Ich werde sofort die Bezüge, und ich werde die Bezüge und die Bezüge, und ich werde das Ganze zeigen. Ich bin der Kikola, die ich nicht zufrieden. Ich werde die Kikola wegnehmen. Ich werde es nicht verabschieden. Das ist gut. Was ist das? Sie können nicht mit den Kikola sprechen. Das ist gut. Ich denke, dass ich hier so gut bin. Ich bin der Kikola. Vorher! Mission, besiege den Gegner. Den kann man angreifen. Ich greife den einzelnen Typen da an. Ich gehe jetzt. Wie sehen Sie? Ich gehe jetzt, dass sie dabei sind. Ich gehe jetzt. Ich gehe dann an die Stabilität. Ich gehe jetzt an. Ich gehe jetzt an. Komm schon an. Ich gehe jetzt an. Ich gehe jetzt an. Ich gehe jetzt an. Ich gehe an. Ich gehe jetzt an. Angriff mit Kampfkünsten. Moment auf jeden. Greif einen Boss an. Greif mir den an. Lass mich nicht mehr so gut. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Das war's für heute. Zu langsam. Oh Gott, die kriegen die hier weg. Omni-Schlag. Wir haben verloren. Mist. Aber wir springen jetzt mal die Filmsequenz. Die kennen wir ja schon. Hätte ich den Boss angreifen dürfen würde ich sagen. Ich glaube das war auf Start oder auf Select. Okay, okay. Wir müssen also nicht den Boss angreifen. Wir werden einfach die Mystiker ein würde ich sagen. Und zwar mit Kampfkunst natürlich. Wir müssen den Boss angreifen. 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 Lp hochhalten. In Bereitschaft. Vier Schnitte. Vier Schnitte. Vier Schnitte. Erinnuktor. Anyways, here's the first one for the past. Improvisiert So we can't do that I'm not sure if I don't have any damage I'll be there I'll be there I'll be there Ok, kostet es eine Runde oder was? Au! So, jetzt haben wir die Sicherheit. Gebt alles, was ihr habt. Das war's für euch. So, was ihr habt? Genauso war es. Das war's für euch. Das war's für euch. So, jetzt kommt die SPD-Fly. 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 So, jetzt ist es, dass du da, wiederum es getrennt. Das war kein Omni-Slash. Oh, nett. Ein paar Wäffchen. Ihm nach. Alle drei Sekunden loslaufen. Und er geht. Wir könnten die ausrüsten. Dadurch würden wir weniger Affe bekommen und mehr Schaden. Einfach nur zum Spaß. Und ein Luxusarmreifen für mehr RP. Hört sich doch gut an. So, wir haben keine Karte. Da ist ein Monster. Da ist ein Monster. Okay. Greift die mit Kampfkünzen an. Okay, komm! 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 Okay? Ich verstehe, aber... Ah. Ah. Mehr HP. Kannst du gerne haben. Ich bin mal gespannt, dass du ja nicht draus baust, Mister. Okay, hier geht es nicht weiter. Wir müssen auf den Buddel-Zieler achten. Die Dinge sind an den Wänden. Wann haben wir noch eins gewesen? Hmm. Das ist nicht so gut. Ja, das ist so. Mit Kampfkünsten vernichten Geübter Kämpfer Das will er immer haben, ey Gearschlund Hier Ah Denkt dran, wir müssen auf Abbaupunkte achten Okay Gehen wir weiter und killen den Vogel. So, nichts übersehen, mal kurz umgucken. Ich würde jetzt sagen, macht mich darauf aufmerksam, wenn ich etwas verpasse, aber das bringt mir dann auch nichts. Da ist einmal Loot. Flankiert ihn. AP und Infill stiegen. Hm. Nehmen wir beide mit. Spinne. Gigantula. Die da. Ah. Die da. Die da. Die da. Die da. Die da. Das war's. Magerlich. Gefräßigkeit gestiegen? Gefräßigkeit, okay. Oh, so ein Zombie. Gefräßigkeit. 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 Yay, wir haben einen Hypnos gefangen. Brother, okay. Nein, wir schauen rein. Wurfachs des Kampfes, minus 1 und Waffenrezept 3. So, aber das war's dann wieder für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!